Ich bin Talena und ich mache seit 2018 eine Lehre bei der Firma Greisinger als Bürokauffrau. In meiner Freizeit bin ich gerne draußen zum Ausgleich und gehe mit dem Hund spazieren oder gereiten. Das hat mich in der Schule schon immer interessiert, alles was mit Buchhaltung und generell Büroberufe zu tun hat. Von uns im Ort sind viele Leute bei der Firma Greisinger und von denen habe ich wirklich nur gewusst und es ist ziemlich in der Nähe von mir daheim. Ich werde gleich als vollwertiges Teammitglied sehen und mache nicht nur Lehrlingsarbeiten, sondern auch wirklich das was mir Spaß macht, sprich Rechnungen kontrollieren oder buchen helfen. Mein Aufgabenbereich ist jetzt in der Buchhaltung. Da kümmert mich ich um die Eingangsrechnungen und mache alles was so anfällt am Tag und unterstütze auch meine Kollegen in denen in der Arbeit. Am Anfang meiner Ausbildung war ich im Sekretariat vom kaufmännischen Leiter. Da habe ich unter anderem Bestellungen eingegeben und Muster an Konten versendet. Dann war ich noch in der Rechnungskontrolle und aktuell bin ich in der Buchhaltung. Die Berufsschule ist in Rohrbach. Da ist man dann auch im Internat, weil es zu weit zum Fahren ist und die kosten für das Internat und für das Essen übernehmen die Firma. Ein besonderes Highlight in der Lehre sind die Lehrlingsworkshops, die haben wir einmal im Jahr und da liegt der Fokus besonders auf Teambuilding und da machen wir halt so Spiele, wo wir sich alle miteinander kennenlernen und zur Förderung von der Gemeinschaft halt. Im Laufe der Lehrzeit bei der Firma Greisinger schnuppert man einmal, das sind drei Aufteilungen, eine. Mir hat es dann persönlich in der Buchhaltung am besten gefallen und ich freue mich dann schon voll, wenn ich dort dann auch übernommen werde. Und dann? . Okay. Okay.